So Leute und hier sind wir da auch wieder zurück im Schneebio ja auch ein was ist oder so. Das ist der zweite Part vom Hardcore Special vom nächsten Hardcore Special also das erste Mal Hardcore Special genau so ist es das erste Mal erfolgreich hinbekommen ich bin wieder schneller wie du ey ja ich weiß schaut euch mal an spring nicht spring nicht einfach nur laufen guck mal er wird mich gleich mal holen Schleim 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 ja auch du in Putz. Ich hab extra angehalten für den Schleim. Ich hab grad gedacht Möbel würde mich angreifen wobei die Möbel mich nicht angehalten kann also wir können dann ruhig in einer Helferin graben. Ja wir können da ruhig in einer Runde ja das auch allein ist grad nett ich bin gerade beschäftigt Moi vielleicht ich hab dir ja ich hab nicht alle gefunden haben aber kein Hammer und ich hab Schülpungs so ist es aber klappen jetzt das wird das zwei Schleim für mich Oh er denkt ihr wir kommen vielleicht beim dritten hab dir Kiste Gold ne? Nein aber das Blaue Slime ne Hölzer ne Zeig mal mal die Kiste Ich will die mitnehmen ich will die feared ich will die Snacken ne und was ist drin eh ja ein Bumerang oh Gott sei schlecht ne die Schicksal schlecht so froh dass du auch ein Haus zu bauen er war ich habe mal die Kiste mit nach nach unten macht genau so viel nach oben ist nicht bezogen oder was sonst ja noch nicht schicht ist mit 6 sonst der Menschen aus der Kürz mit der Füße der mit mir ist jetzt noch berg nie ein Zettel verknüpft die Welt mag er das bringt auch noch nicht allzu viel aber das ist ein Volk hat er holen da nicht unterkommt nicht unterkommen um und ich habe eine Fakkel dran die Ausstattung der Säßes ich hab doch bogen ich schieß mal aufgehend ja gut machte so Möller Schraube jetzt schlagen wir kommen Achtung er hat das Putz das E-Port gut alles für die Städte kam auch baute Barron nicht machen hier unten ich in Baron ab und die Welt Teil 1 er hat das war auch abgatt ich kann das unterhalten schätzen also Plattformen sind besser das ganz schleifte nämlich mit ja und immer den er kommt auch auch kommt der Schleim hat bei Kieler dabei schlagt die noch in meinen Schatz ich ich brauche um kurz muss ich machen Norddeutsch abgabe ich machen wir fackeln WTF ich hab jetzt fragt man es gibt immer ein paar ich hab hier zwanzig Prozent er gibt gerade keine Ahnung so 10 Uhr so auch ich habe ich jetzt den Weg bis Prozent zu mir runter gebaut und sie können da jetzt ein das ist das so ungünstig hat nicht gesehen ich hab die schlats mitgenommen ich habe es anbekommen auch ein bisschen viel das ist so gut der ist ich habe keine Muni mehr doch eine ich hatte eine Idee warte vorgesehen einer von hinten nein stehe ich doch drauf ja ich weiß aber trotzdem die denken sie werden aber blöd wie Sau lol was ist denn das hier für den See das riecht fett für das ist künstlich ich hab Eis gefunden im See nach mehr ah da unten ist Leuchtkraut lol da kann ich sehen ob ne Kiste ist ja ne Kiste ist da hinten ähm ich komme ja ich komme auch mhm warte doch mal auf Mistabel holy shit ein blaues Lamm kommt entgegen ich hab die Gefühle gefunden Jesus Christus in the sky Jesus Christus Mutter Maria die will fly ich muss Holz weiter bauen ja da kannst du hoch Jesus darf ich wenn ich sehr tief hey klar meine Kiste ne ich hab gefunden Leute wenn ich sehr tief bin kann ich dann einfach raus gehen ok es ist nichts besonderes drin nur ein paar bisschen Eisen und zwei kleinere Bomben ja wenn ich noch du kannst ihn noch nicht abbauen erst wenn ich alles raus hab äh ob ist es ist es erlaubt Leute niemand hat mehr zu ne ja was ich hab irgendeine Polen ja wenn ich jetzt ähm noch eine Drohung tief in die Höhle bin und äh es wird brennt sich kann ich dann rausgehen natürlich das ist erlaubt ok es ist ein Spielfeature gibt's da was bestimmt das gute weil dann wird man auch mal wieder weg gespawnt das soll sagen Entschuld für auf oh Gott wir sind jetzt so tief in der Höhle ne das ist aber eine schöne Höhle finde ich ja aber man muss trotzdem aufpassen dass die die Verkürzung was auf jeden bei mir unter so viel zwar mit der Aufmerksamkeit bis weiter hast du auch zu dir diese droht nur so dass ich stelle erneut aus gut erbte die Gäste war gleich Moment das hat sich gerade vergessen sein und sie mit Tatien oder zeitig wenn du auf die Droh kriegst bis normal ist auch so was sie wohl heißt als in das in der Zeit ist jetzt habe ich zwar selber der Gäste daran Granaten hier und ein Messer, also mehr, mehr, mehr durch, ähm, ich rede da hinten. Ah, Messer, ja. Oh, oh, das hört man aber ja hinterher nicht. Ich hab ein Glowstick irgendwo oder sowas. Okay. Warte mal kurz, ich werd mal hier unten auch noch so ein bisschen aufsuchen. Ja, guck mal, was für ne riesige, äh, Eis, äh, Silberader hier ist. Ah, pass auf, auf Fall, oh Gott. Jetzt sind wir in der Höhle, Leute. Alle aufpassen auf Fall. Oh Gott, wir müssen so aufpassen in der Höhle. Ich hab jetzt was vergessen. Ich glaub, wir wären jetzt gestorben durch ne Falle, oh Gott. Ist das ein Horror. Äh, wir machen das anders da, Flick, wir bauen uns einfach drüber. Wenn wir das brutal aufmachen. So. So. Ich könnt hier nachher, wenn wir zuhause sind, auch einen Eisenbogen machen, also. Ah, hier ist auch noch so, ähm, Kupfer. Nee, nee, das ist, äh, Flick, ich höre deine Familie. Eisen. Ja, ich auch. Sogar lauter als dich selbst. Mein soll mich, okay. Du hast du deep hast, mach dich versichert. Dein family guy. Der family guy. Yo, hey. Oh die, wo das jetzt noch einmal armloch." Also ... oh, ja auch jetzt modify mal poems, so. Die Ursuler Ironmanohl, Christian Faust, bräuchert mich, wir haben schon, äh, ganz mal, so wenig gefunden. Wie wir litegründigenτと Sch premarnprogramm buy-el Deutsche businesses Genztes Gns, die passen zueinander ziemlich gut. wird die H. ja ja klein ich lass dir den Platz machen ganz leid oh Gott oh sorry oh Gott das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich also ich soll sagen wir finden hier nicht viel Volker Flickerson Flickerson so ich würde sagen wir gehen dann äh hier runter warte nein nein ja das war Eis ich weiß das haben du das Eis und ich grab mich hier schon mal ein bisschen runter ok ich hab auch hier so Nachtsicht trank warum ist es da seitlich blau warum ist es da seitlich blau ach das ist eine Qualle cool kurz habt ihr sie gesehen glaube ich sobald Federmäuse kommen müssen wir richtig vorsichtig sein soll ich jetzt sagen ich lass mich mal fallen ne ich hab auch genug für ein Bett leider bringt uns jetzt nichts im Hard-Commod doch doch ich hab keine Fackeln mehr ich hab acht Stück noch so ich mach mal so dass wir auch wieder hoch können ne also wir kommen nicht mehr hoch ja was what 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 was am Arsch ey ich guck mal was hier unten alles gibt so grafen hier bis dort und dann so und dann kann man wieder hoch gut fliegt hier ist eine golde Kiste eine golde Kiste eine golde Kiste gut bei Rollepay mach sie auf was drin was drin Moment äh silber magic mirror perfekt und ein 1 also 14 Eisenbahnen magic mirror damit kannst du dich wieder zum Spawn teleportieren saugut äh bloß wir zwar um das voraus rum auch direkt ein kleines Haus bauen mit einem Tunnel zu unserem was wir jetzt dann wirklich mal länger hier überleben und ich würde auch als Vorschlag dass ich ein paar Fakten auf die Bekommen was auf der Falle mit sich für die der Ausgleiche sind nicht nur noch nichts machen nichts machen dort ist so Oha ich baue sie weg jetzt so gefährlich nicht untergehen ich kann keine Fakten mehr Kraft mehr ja ich auch nicht aber ich kann ja auch drei Stück geben ich hab ich selber noch neun jetzt hab ich drei Stück dahin geschmissen und dann ja und willst es nicht machen so er war die Gäste ab Oho Piranha Nein Nein Scheiße Gold Ach nö Pass aber auf Barone P Oh nö das soll ich mich schon so früh raus Na komm Sascha war am unvorsichtigsten würde ich sagen Ne war ich nicht Doch Der ist durchgeglitscht ne Vorsicht Alter Was Hau mich doch nicht da runter Oh man wie unfair Ist da oben ein Steinfall Da oben Da oben Der Piranha ist durchgeglitscht Oho Oho Ja Ganz sicher sogar Äh da unten Äh da unten Ist mir Es ist mir zufällig deswegen Gehen wir erstmal hier bis zu oben lang Hier oben gibt's doch ein bisschen was glaubt hab ich grad das zu das Gefühl Ja äh über Mittelmal zwischen Flick und und Oh ja Herzkristall und ja und das Schüler und was Gott ist äh es ist roter Ja der Rot geschaffen wird Oh Mann ich bin wieder als erstes rausgeflogen So und ich baue gerade Herzkristall ab Gut ich hab ihn Äh ich will Äh du hast ihn Nimm ihn Setz ihn ein Wofür Ja dann kriegst du mehr Herzen Hast du ein Herz mehr Oh dann mach ich das gerade mal Moment Ja Zack Oh Okay das ist sehr sonnvoll finde ich Oh Gott ich baue das hier ab Ohr Ah Erkannte Nein 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 ja Perfekt Yes Ja gut Ich gucke mal Die Flicht ist schon fast 2000 Meter von zweit weg Ich sag mir wir bauen es hier einfach runter Ist recht zu tun Hier geht's weiter Hier unten Geht's weiter Hier unten Hier unten Na ne nicht nur einfach nach unten Hier Herr Acker ist jetzt auch er hat aber einfach mal gerade ausgibt als er schon ich mache und und damit zu tun auch zu tun bekommt leider nichts mehr so gut wird sie runter jetzt noch und okay ich glaube nichts aber das ist richtig verletzt das ist wieder das schwerer beobachtet als gefühlt wenn er sich nicht da ist eine Sache ich doch Da hier geht es weiter, ja? Also nach unten. Ja, ich weiß, dass links was ist. Komm, wir gehen auch mal kurz nach links. Und da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Machst du hier schon mal eine Plattform hin? Ja, mach ich. Einmal hier und einmal würde ich sagen auch... Warte, geh mal hier runter. Ich kann hier nichts hinsetzen, genau so. So, das funktioniert gut. Perfekt. Dann nochmal, was man hier hoch will. So. Ach, du brauchst hier und auch gerade noch recht, okay. Ja, na, na. Ich mache ein bisschen Soundeffekte. Okay. Aber nur wenn es auch passen. Okay. Bisschen höher. Ja, wir können da nach oben kommen. Das ist durch, baum alle Fakten hin. Oh, unter und es eben was. Das Kletz und eine Piranha. Nach unten gehen wir lieber nicht. Ich will da auch nicht, ja. Ich habe mir gesagt, nach oben. Deswegen. So. Wie läuft es denn beim Flickr? Joa. Okay, schau mal ganz gut. Flickr, wie läuft es bei dir? Gut. Man hat schon gehört, dass es gut. Also bevor du uns übersetzt hast, hier. Pass auf, pass auf wegen Fallen. Wenn du, wenn dich die Falle bekommt, dann schau ich auch. Da oben ist hier keiner. Ja, ganz fast dich, weil... Sind wir manchmal extrem schlecht. Aber da oben ist ein bisschen Silber und das möchte ich haben. Und daher, äh... Nehme ich mal kurz die Erde, die ich habe, genau. Und bei uns noch ein bisschen hoch. So. Ich habe wieder einen Trank bekommen. Aber diesmal ist, äh, das Sascha nicht durch eine Falle gestorben, also... Diesmal keine Ausrede. Durch ein Glitsch in einem Piranha. Ja, ja. Aber Sascha... Da oben ist Co-Option. Also es ist zwar korrupt, tierte Teile, aber da oben ist auch eine Kiste und die möchte ich haben. Ich möchte die haben. Ja, ja, warte kurz, äh... Ich habe eine gute Idee, wir bauen es einfach so. Ja, genau, mach du das und nicht so. So. Ich will die haben, komm. Wir müssen sie ja eh durchbauen. Hast du noch Backeln? Nein, ich habe leider auch kein Verkern. Einfach geradeaus durchbauen, das klappt dann. Ich oben und in der Mitte. Ein bisschen sehe ich sogar noch. Hast du noch Schleim irgendwo? Nein, leider nicht. Leider nein. So. Warte mal, ich habe noch Lichtstange. Ich hole mal die gerade rein. Ich habe da so einen Leuchtstab dabei. Ah, das ist gut. Warte, ja, okay, jetzt keine Falle. Das ist gut. Was? Das kam mir lebt von mir. Boah, ich habe 64 von diesen, äh, werfbaren, ähm... von... Das, für Dinge da oben. Den dafür, dass ein Korob... Das sind die Korob-Tion-Teile. Geh da weg, da kann man auch aus Korobnis. So eigentlich wie die Werkbank. Bloß, dass man einen Monster beschwören kann. Komm, wieder runter. Das... Warte, vater. Keine Ahnung, stets. Ah, das ist immer was vor. Ja, das ist immer am Arsch. Es hat irgendwas von vor. Das war kaputt. Ich habe eine Granate. Ja, ich habe das hier. Bleib hier. Bleib hier. Oh, du. Ja, dann kommt es. ja 61 oha die 1 60 es wird ein bisschen schaden macht ein um der verkannte durch dann steht okay ich glaube dass sie in der unter alles ganz wichtig sein müssen gleich ob auch erst mal kurz beenden habe ich das Gefühl weil Prozent bei wegen jahr das werden roter Schleim also ich will gerade nach Hause gehen mit dir kommen Lass uns nach Hause gehen klar moin ich möchte hier gerade noch ein bisschen was reinwerfen lol geht es da tief Hilfe Hilfe nein 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 yes oh Gott war das knapp sau gut fuck lass uns doch da rüber gehen so Leute und das war es dann auch für die zweite Folge aber bleib drin du darfst nicht rausgehen sonst ähm bist du wieder ganz am Anfang Leute ob es noch Gold ich würde sagen das holen wir uns aber in der nächsten Folge ich will noch was ganz am Anfang ich hab jetzt mal Rack ich geh jetzt mal an ich will mit dir an anfangen zurückgehen ja gleich äh das machen wir nämlich in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und ciao sag ciao ciao bayern ja bis